Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier am Samstag, dem 22. Juli, zu einem neuen News-Thema beziehungsweise zu einer weiteren spannenden Analyse einer aktuellen Diskussion. Ja, es gibt ja hier das spannende Thema und zwar das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Mittlerweile spricht man ja nur noch vom Grundeinkommen, weil man auch vielleicht politisch verstanden hat, dass hier BGE, also bedingungslos schon bei einigen hier auf, ja negativ aufstößt. Und ich habe heute hier mal einen Artikel rausgesucht, wo man mal gegenübergestellt hat, okay, wenn man das jetzt wirklich einführen würde, was würde das eigentlich den Fiskus kosten? Und vor allem, wie würde man das Ganze finanzieren? Also hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Aber erst mal ganz kurz erklärt, was ist das bedingungslose Grundeinkommen? Bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet, dass jemand, sag ich mal, ein Einkommen oder eine, sag ich mal, Vergütung bekommt, ohne dass er auch irgendwas macht. Also ein Gedanke dahinter war ja immer, dass man sagt, okay, man geht her und schafft zum Beispiel diverse bürokratische Themen ab, wie zum Beispiel, was weiß ich, Arbeitslosengeld, und die ganzen Sonderzuschläge, Renten, alles Mögliche und hat am Ende nur noch ein sogenanntes bedingungsloses Grundeinkommen. Das wäre so der Gedanke, wo man sagt, man hat langfristig hier alles überführt in eine monatliche Leistung. Das ist so das Extrem. Es gibt natürlich hier noch unterschiedliche, sag ich mal, Abstufungen. Der Gedanke dahinter ist zu sagen, hey, die Leute sollen nicht mehr gezwungen werden, in einem Job zu arbeiten, den sie eventuell nicht wollen, sondern sollen hier an der Stelle auch, sag ich mal, das machen wollen, was sie können und wo sie wirklich Bock drauf haben. Ist grundsätzlich, sag ich mal, ja ein spannender Ansatz zu sagen, hey, jemand bekommt zum Beispiel, Sie haben hier diskutiert, ca. 1200 Euro im Monat und muss dafür an der Stelle nicht in irgendeiner Form arbeiten. Also muss jetzt, sag ich mal, theoretisch nicht auf die Baustelle, muss jetzt an der Stelle nicht irgendwas anderes machen, sozusagen, was weiß ich, Straßenreiniger, sonstiges, ist wie gesagt ein Thema, was heiß diskutiert ist, wie die Auswirkungen dann danach sind. Diese bedingungsloses Grundeinkommen soll dann finanziert werden, eben durch den Staat, also der Staat, der Fiskus, wird dann im Großen und Ganzen hier das Geld einmal wieder durch den Staatsapparat drehen und am Ende wieder auszahlen. Es gibt hier durchaus auch Kritiker, die sagen, hey, es werden auch Menschen hier von der Arbeit abgehalten, denn Fakt ist, es gibt halt nun mal auch, und das kann man sehen, wie man will, auch Jobs, die gemacht werden müssen, die aber keinen Spaß machen. Ich meine, es gibt Menschen, die vielleicht, wie gesagt, Spaß daran haben, sag ich mal, ja Straßenreiniger unterwegs zu sein, gibt aber Menschen auch, die das nicht wollen. Und dadurch könnte es sein, dass zum Beispiel bestimmte Punkte ganz einfach wegfallen, aber das ist, wie gesagt, ein Diskussionsthema, was man anderweitig durchführen muss. Jetzt ist es die große Frage, okay, wie finanziert man das Ganze und wie könnte man das machen? Also, es gibt hier unterschiedliche Studien dazu, die ausgerechnet haben, wie viel man braucht. Der Ansatz dahinter ist, wenn man sagt, sowas zwischen 500 und 800 Euro, zum Beispiel für Familien oder im Großen und Ganzen für auch Kinder. Das heißt, auch Kinder würden zum Beispiel 500 Euro im Monat bekommen, unabhängig davon, dass sie irgendwas tun. Bedeutet, ab der Geburt 500 Euro im Monat würde natürlich dann dazu führen, dass zum Beispiel, was weiß ich, Kinderfreibeträge und sonstige Steuerfreibeträge einfach wegfallen. Und man sagt, hey, beispielsweise Familie, zwei Eltern, also Männer, Weiblein und zwei Kinder würden dann zum Beispiel hier an der Stelle, sagen wir mal, 1.200 Euro, also 2.400 Euro plus für die Kinder dann nochmal auf den Top 500 Euro bekommen, also zum Beispiel 3.400 Euro. Da gibt es dann auch unterschiedliche Diskussionsarten, wie man sagt, hey, das muss dann abschmelzen. Wenn mehr Personen Haushalt ist, dann müssen die dann natürlich das Ganze anders machen und so weiter und so fort. Aktuell rechnet man damit, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen hier pro Jahr ca. 900 Milliarden pro Jahr verschlingt. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja okay, 900 Milliarden, diese Zahl kommt mir noch irgendwo so bekannt vor. Ja, das Spannende ist, genau, 900 Milliarden, aktuell ein bisschen weniger, nächstes Jahr wird es ein bisschen mehr sein. Knapp ist das der gesamte Steueraufkommen der Bundesrepublik Deutschland. Bedeutet in dem Zusammenhang, die Bundesrepublik Deutschland hat, glaube ich, 872 Milliarden oder irgendwas pro Jahr an Steuereinnahmen. Und jetzt würden hier 900 Milliarden dann für im Großen und Ganzen das bedingungslose Grundeinkommen draufgehen. Jetzt ist die Frage, wie finanziert man denn sowas? Ja, und da kommt nämlich wieder das schöne Finanzamt ins Spiel. Und zwar hat man hier auch schon in den Studien gesagt, ja klar, das können wir ja machen, aber an der Stelle müssen wir das Ganze dann auch steuerlich anpacken. Denn zum einen ist es ja so, dass man sagt, okay, diese 1200 Euro sind bedingungslos und es ist ein Grundeinkommen, das jedem zusteht. Aber zum Beispiel, wenn du arbeitest, dann wird dir das hier wieder abgezogen. Bedeutet im Großen und Ganzen, du kannst dann nicht irgendwie mehr sagen, okay, Grundeinkommen, was weiß ich, mietet 1200 Euro, zahlt mir hier das Grundeinkommen. Und dann alles on top, darf ich behalten oder was weiß ich, wird im aktuellen Steuersystem versteuert. Nein, hier sind zum Beispiel, sag ich mal, die Forscher zum Ergebnis gekommen, dass hier eine drastische Anhebung der Einkommensteuer zum Beispiel notwendig wird. Und zwar mit einem Eingangssteuersatz von 80%. Das ist dann ein bisschen kompliziert, wie das gerechnet werden soll. Und zwar soll es so sein, jeden Euro, den du über die 1200 Euro verdienst, soll dann mit 80% versteuert werden. Bedeutet bis zu einem Bruttoeinkommen von zum Beispiel 15.000 Euro. Und ab Übersteigen des 15.000 Euro Einkommens wird dann ein progressiver ansteigender Steuersatz verwendet von zum Beispiel 43% bis 70%. Das ist durchaus eine Hausnummer, wenn man sagt, okay, da würden die Steuernahmen, vor allem im Bereich der Lohnsteuer, Einkommensteuer und auch, sag ich mal, in den anderen Ertragssteuern natürlich massiv nach oben gehen. Plus zusätzlich ist es so, dass aber auch die Forscher hier ganz klar gesagt haben, naja, man müsste dann auch noch theoretisch ein paar weitere Steuern einführen oder erheben. Das zum Beispiel hier vereinfacht gesagt, Abgaben auf Kapital, Vermögen, Erbschaften erhöhen und Immobilien zum Beispiel oder auch eine erhöhte Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer hier auf Luxusartikel. Bedeutet an der Stelle, dass man hier ganz klar sagen kann, dass man plötzlich, was weiß ich, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer nicht mehr die 19% oder 7% zahlt, sondern, bzw. 7% haben wir eh selten bei Luxusartikeln, sondern hier zum Beispiel dann schnell mal 25 oder 30% zahlt. Muss man fairerweise sagen, so ein Umsatzsteuersystem ist nicht neu, gibt es auch in asiatischen Ländern, wo es heißt, Kfz zum Beispiel haben einen Umsatzsteuersatz von 50%, einfach deswegen, weil man dort nicht will, dass so viele Kfz unterwegs sind. Jetzt ist es so, dass man sagt, okay, dass man sich das mal ein bisschen beispielhaft vorstellen kann, wie das auch ausschauen würde. Als zum Beispiel das Grundeinkommen würde zum Beispiel allen Personen monatlichen zwischen 600.000 Euro gewähren, Kinder zum Beispiel zwischen 500 und 800 Euro und das abhängig von den regionalen Lebenshaltungskosten. Dadurch würden, wie gesagt, aktuell vor allem arme Menschen profitieren, da sie ja, sag ich mal, ein geringeres Einkommen oder gar kein Einkommen haben. Aber in dem Zusammenhang würden Reiche enorm mehr belastet werden und hier geht man zum Beispiel hier in der gesamtwirtschaftlichen Rechnung aus, dass 60% der Bevölkerung mit niedrigem und mittleren Einkommen würden im Vergleich zu heute profitieren, die oberen 30% dagegen massiv draufzahlen. Zum Beispiel in der Gegend von etwa 100.000 Euro Jahreseinkommen betrüge der Verlust da in dem Zusammenhang circa 14.000 Euro. Das heißt, hier ist es durchaus auch fraglich, ob man sagt, okay, bei 100.000 Euro, ich meine, wir erinnern uns, wo man sich da schon bewegt. Also es ist immer so, selbst ein Ingenieur, was weiß ich, ein Steuerberater, Rechtsanwalt, Arzt, auch vielleicht auch eine, sag ich mal, Unternehmer, der wird da relativ schnell bei 100.000 Euro pro Jahr sein und das heißt, die würden dann die Leidtragenden sein in der Situation. Muss man natürlich abwägen und es ist halt die Frage, ob sich das dann politisch durchsetzen lässt. Vor allem auch mit Blick darauf, dass ja aktuell dieses Thema, ich sag es mal, Zuzug, Abzug doch sehr kritisch ist. Vor allem, ich glaube, heute habe ich mir in der Statistik gesehen, wo es die Leute eigentlich aktuell hinzieht aus Deutschland und das sind immer die drei Top-Staaten Schweiz, Platz Nummer 1, danach Österreich und danach im Großen und Ganzen die USA. Das sind die drei Länder, wo es heute auch die meisten erfolgreichen und finanziell erfolgreichen Menschen hintreibt, wo man auch sieht, dass dort die finanzielle Belastung teilweise geringer ist in bestimmten Strukturen und deswegen das viele nutzen. Bedingungsloses Grundeinkommen ist, wie gesagt, ein heiß diskutiertes Thema. Würde mich aber jetzt mal interessieren, was ist deine Meinung dazu? Bist du dafür, bist du dagegen? Findest du auch diese Steuerpläne zum Beispiel interessant oder sagst, okay, ist in Ordnung, 80% auf, sag ich mal, finde ich ja völlig fair? Dann lass es uns mal unten in die Kommentare wissen. Ich wünsche dir einen schönen Samstagnachmittag und bleib gesund.